Leute, ich hab hier so Zaunstock, ich hab hier so Patrone, rein Zaunstock, drehen, bam, bam, bam. So ein kleiner Wightster! Wightster! Wieso hab ich einen Eierkneifer? Hier ist irgend so ein verrückter Mafia-Boss drin. 3, 2, 1, der Detective ist in der Bude. 4, 5, 6, und ich shoot euch weg in der Shooter! Aua! Ihr Dreckigen! Bleiben Sie stehen! Bleiben Sie stehen! Verreckt! Verreckt, nein! Wer sind Sie? Ich bin der Russisch-Roulette-King. Sind Sie Karol? Sind Sie Karol? Sie haben zwei Sekunden. Er muss Russisch-Roulette machen, er ist unser Käpt'n, er ist unser Käpt'n, er ist unser Fassos. Du bist Neuzugängler, du hast keine Anrechte auf Russisch-Roulette. Keine Rechte auf Russisch-Roulette. Ich, ich zeig' jetzt meinen Russisch-Roulette-Ausweis. Aaaaah, hier. Das ist eine Fälschung! Nein, ich beweise, dass es keine Fälschung ist! Aaaaah! Eierkneifer! Das ist eine Eierkneifer! 100%! Hier kneifen Sie meine Eier! Kneif! Wenn Sie, wenn Sie meinen, Sie seien wirklich soo... ...ein Russisch-Roulette-Profi. Boss, ich kann ja auch immer ein selber-Geschäft, wenn Sie wollen. Dann, sich in Schall schatteln! Schwe? Nein! Ich zeig' die Gruppe! Mein Bruder. Oh mein Bruder, ich wusste du. Er ist eine loyalere. Mann. Bitte nicht da. Er ist... loyal. 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 Ja. Ja, du musst es! Das kann doch nicht sein! Frussisch Roulette. Ich habe ein Recht auf Frussisch Roulette. Das ist hier die Regel Nummer 1. Umziegeln Sie! Umziegeln Sie! Umziegeln! Sie kommen mit! Sie kommen jetzt sofort mit! Mitkommen! 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 Hier ist ein alter Mann, der versucht hat, hier reinzukommen in unsere Clan. Und er ist tot. Er ist auch tot. Weil er ist einfach tot wegen russischer Roulette. Tuchen Sie an, diese Opferkind! Oh Gott. Erst du, dann ich. So geht's auch. Ich hab ihm schon gelacht. Ah, okay, okay, okay. Dann mach du. Bitte nicht... Nein! Das kann nicht sein! Schuss! Ähm, das hier ist mein Nahkampfstachel. Los kannst du euch! Das ist mein Nahkampfstachel. Das ist mein Nahkampfstachel. Kommen Sie rein! Sofort! Kommen Sie rein! Sofort! Sie werden getestet durch Russisch Roulette! Eine Runde Überlebens bist du in unserer Familie! Bist du unser Bruder! Das kann nicht sein! Pfeffe, freische... Komm her! Zornstourk! Kraft! Hilfe, ich kann nicht bewegen meinen Körper, ich hänge ihn in der Pflanze. Es ist schon Deluxe. Oh yeah mein Freund, ich befreie dich von dieser Qual. Habt ihr gehört, er wollte uns alle umbringen, ihr müsst uns umbringen. Er hat gesagt er ist Kapitan, aber dann lügen er, er ist so dumm. Ich verstehe ja nicht, warum er sei dumm, 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 dumm. Ja, ja. Sicherheit bringen! Kommen sie mit! I'm gone, kommen sie mit hier! Donut, leferung auf Zorn! Ey, auf, auf! Warte auf! Das ist Atrakorn. Ich hab ihn weggesprengt. Jetzt du! Jetzt du! Jetzt du! Jetzt du! Arschbohrer! Arschbohrer! Oh man, das kann doch nicht sein! Guck mal, die Granate ist in seinem Fuß! Gratada! Aaaaaaah! Ffff! Aaaaaaah! Ffff! Aaaaaaah! ich bin der Streamer. Kennen Sie nicht den legendären Cubicake? Wer ist das? Das ist der beste YouTuber den es gibt und dem sollte man unbedingt auf Twitch folgen, hast du mir fast nicht verstanden denn sollte er, der macht so geiles Streams, du hast keine Ahnung er macht so geile Twitchs für Das letzte Video war scheiße! Lassen Sie rausbringen Boss! Oh Boss, Sie sind hier! Oh Moin, was geht's? So ein kleines Peaches! Wenn euch jetzt so russisch Roulette zwingen, ok, sonst werden wir euch alle richtig... Ach so, das war stark Dieser Hund! Wie er runterhält Ah ja, meine Gutschi Flatschis, na? So, ich werde euch jetzt eine Frage stellen Und wer hier mich anlügt, der kriegt einen schönen Eimerabdrücke auf den Zollstock, na? Also, seid alle ehrlich und brav Ich fang mal mit dir an, du hast ganz schön kleine Eier Na? Ja, ich weiß Ich habe kleine Eier und kleine Eier Wie findest du meine Twitch-Streams, na? Findest du die fresh? Ich hasse sie Das ist richtig Das ist die Wahrheit Das ist die Wahrheit Das ist die Wahrheit Das ist die Wahrheit Das ist die Kette-Wahrheit Ich habe nur gesagt, seine Streams, seine Streams Ich hab noch nie, ja Findest du meine YouTube-Videos f-f-f-fresh? Ne Das kann ich dir ja wohl nicht glauben Die Videos sind immer fresh Shesh Nein Das war keine Das war Das Das ging zu weit Mein Zollstock ist da Was? Das ist keine russische Roulette-Cubie Achso, stimmt Sorry, ich habe das schon so automatisch im Handgelenk Da flutscht mir schon die Hand aus Wirst du wieder zum Big Mac zurückkehren? Er hat den Tod gewählt Damit er nie wieder Big Mac sein muss Ist das hier, wo wir drauf stehen, Schiffi, das Schiff Ist das dein Onkel? Das ist deine Mutter? Ne, das ist mein Urgroßvater Hm Stimmt, ja schon Schon ein bisschen alt und vergammelt Na okay, das lasse ich mal gelten Hast du was grad gegen meine Urgroßvater ges- Okay Vor dir, vor dir Ja, ja, mein Freund, ne So, so, mein Süße Wie lange dauert es, bis du endlich TikToks hochlädst, mein Freund Eine Woche Mindestens Oder Warten Sie Aber Bessere ET Glaube 2 Tage Oder 3 Tage 2 oder 3 Tage 2 oder 3 Tage Nicht mehr Ich glaub's vor einer Woche getan Ah Ich glaub, vor einer Woche danach Hast du schonmal dem Schiff einen saftigen Ohrspohrer verpasst? Ja, natürlich Das stimmt Es ist ein Schiff Eigentlich noch nicht, aber so Hast du dir schonmal selber einen Ohrspohrer verpasst? Nein Jeder hat das schonmal getan! Hast du Länger als 3 cm? Ja Das war gelogen Hast du länger als 2 cm? Ja Das war gelogen Hä? Hast du länger als 1 cm? Was? Hast du länger als 1 cm? Ja, na klar hab ich länger Das war gelogen Nein, du hast nicht länger als 1 mm Hä? Ah, jetzt Alter, das ist zweimal gestorben, die Idiot Du kleine Alright, sorry Wir spielen jetzt ein Spiel Wer Ich schmeiß ne Granate Und wer weiter wegrennt Wer weiter wegrennt Davon, der verliert Was ist das? No, look, buddy Ehhh Komm, 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 komm Guck mich an Ey, kommst zurück Ffff 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 Hm? So, stell dich jetzt alle hin Hier hin Außer auf meine Eier zu kneifen Ffff Ffff So, äh Ich wusste einfach nur Das ist einfach nur Das ist einfach nur Weil er mit meine Eier geht Äh, 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 äh Packen Sie Ihren Schlong Sofort weg Packen Sie auch Ihren Schlong Sofort weg Hier werden keine Waffen Außer meine gedordet Ey! Schlong in die Hose Wir sind hier disziplin- Ich streichel gerne Gürtchi, Flochis So, jetzt stell dich auf Wir warten bis gelöcke Streichel mich Dein Blick sagt alles aus hier Ja, bei dir auch Ich krieg ihn nicht runter Ich hab mir grad, ähm, war grad auf diversen Seiten So meine Leute Also wenn du jagenst Ffff 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 Ich bin so stolz auf dich Deine Eier sind so prall Ffff 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 Aber Ist Dieser Typ Dein Freund Ist er dein Freund? Bist du mit ihm auch so? Bist du mit ihm auch so wie mit mir? Bist du auch so wie mit mir? Also bist du auch dein Freund oder Was ist dein Ffff Die sind beide auf voll homo am schnitzel Ffff Fff Ich hab euch beide gesehen in der Kabine seid ihr auf voll homo am Start ihr beide Fff 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 Pizza mit Oliven Ich rache Pizza mit Oliven Er liebt Oliven auf Pizza! Was ist das für ein... Hast du einen guten... Hast du einen großen Zollstock? Digga, ich hab so einen riesen Zollstock! Wahrheit SPAM! Das war ne Lücke! Bist du damn horny? Nein, asexuell Ist er horny? Ja, das ist er! Das war nicht mal die Antwort auf die Frage AHHHHH Ist denn geklärt le, gerade ihr Sichl Hohohohohohohohohohö Hohohohohohohohoh Höhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhö Das war´s mit dem Video, ja Danke allen, meine, Kanal Mindglieder Haut Reinen,wir sehen uns bald wieder Leute, ich hab hier so Zornstock, ich hab hier so Patrone, rein Zornstock drehen, bam, bam, bam.